Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800, dem Gameplay-Projekt hier auf der Stratigator. In unserer letzten Folge waren wir hier ganz fleißig unterwegs. Heute ist übrigens Freitag, ich nehme also erst einen Tag früher auf und werde heute auch nur zwei Parts aufnehmen, um das Ganze wieder deutlich enger zusammenzukriegen zwischen Release und dem, was ihr schreibt, weil dann kann man darauf eben besser eingehen. In dieser Folge jetzt werden wir uns noch um eine letzte Produktionskette kümmern, die wir noch in der neuen Welt ein bisschen vernachlässigt haben, denn hier brauchen wir noch ein bisschen Hüte. Wenn wir es vor allem auf alle Inseln nochmal beziehen, haben wir nur die Hälfte der Hüte, die wir tatsächlich brauchen. Das heißt, wir werden noch eine weitere Hutproduktion hochziehen. Die haben wir hier hinten, glaube ich, stehen. Genau, da ist die Filzfabrik. Die Filzfabrik liefert dann hier an die Hutmacherei. Dafür dürften wir auch ein paar Items haben. Die Frage ist halt, ob sich das lohnt, die nochmal auszusetzen. Das ist jetzt Baumwollkaffee, Tortillabäckerei. Genau, da hatten wir noch einige Items, wo wir uns auch beim letzten Mal noch Gedanken gemacht haben, ob wir die irgendwie einsetzen sollten. Hier wäre Hutmacherei einmal. Ich weiß halt nicht, also für einen auf keinen Fall, ne. Oh, wir haben hier eine Aufgabe vom Joller von Thun. Mit dem könnten wir uns natürlich nochmal ein bisschen besser halten. Zerstörungsaufgabe, ein Schoner, das kriegen wir hin. Gut, das Problem ist halt, wir haben kein Militär in der neuen Welt. Das heißt, wir müssen uns hier erstmal ein paar Militärschiffe suchen. Ach, guck mal hier, das wollten wir hier bestimmt ausladen. Oh, was ist denn hier los? Okay, muss noch laden. Die schicken wir mal in die neue Welt. Und dann schauen wir mal, du bist ein Missionsschiff. Dann schicken wir dich noch in die neue Welt. Ihr müsst euch dann ein bisschen beeilen, bitte. Damit ihr noch rechtzeitig zur Aufgabe kommt. Wir wollen ja unseren neuen Freund Jean Lafontaine nicht wieder verärgern. Das wäre schade. Gut, was ich aber eigentlich gucken wollte, ist bei der Isabelle. Ob wir hier noch irgendwas Sinnvolles kriegen. Und was mir auf jeden Fall in die Kommentare geschrieben wurde, wir sollten unser Flaggschiff wieder kaufen. Das würde zur Eins, zur Zufriedenheit und zur Bilanz helfen. Ich sehe es jetzt hier nicht direkt aufgelistet, weil Schiffe machen alle negativ, was natürlich Sinn macht. Schiffe bringen uns halt direkt kein Geld. Aber ich würde sagen, wir suchen uns jetzt hier noch ein zweites Item irgendwie. Vielleicht noch ein drittes für die Hutmacherei. Er setzt, ach guck mal, das ist zum Beispiel geil. Statt Filz verarbeitet das Ding Alpakawolle. Dann könnten wir uns direkt eine Produktionskette sparen. Das wäre natürlich Premium. Kaffee-Rösterei, nee. Zigarren, Schoko, Kaffee. Nee, Kaffee dürften wir mittlerweile gut haben. Die Dame haben wir auch schon. Eine Pflückerin nehmen wir nochmal mit. Die ist immer ein ganz gutes Füller-Item. Habe ich zumindest so gemerkt, so in letzter Zeit. Zigarrenmanufaktur, nee, ist ja auch nicht auf der Insel. Also wir haben noch viel zu optimieren. Das steht, denke ich, außer Frage. Hier den Gartenbauer nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit. Hier den Bodenkundler nehmen wir auch nochmal mit. Aber da wäre jetzt noch jemand für den Hutmacher gewesen. Das heißt, es geht einmal, für dich geht es zurück und dann schicken wir in Retour einmal dich hier hoch. Hier gibt es auch Battlecruiser zu kaufen gerade. Ist natürlich verlockend, ne. Aber was hier der von Malching immer mit seinen Handelsschiffen mitschickt. Ultra krass. Was der für eine Hilfe da immer aufbaut. Okay. Also lasst mich mal kurz klar werden. Was hieß es? Die machen Alpaka-Wolle, ne. Das heißt, eigentlich brauchen wir, also wir brauchen so eine Alpaka-Farm. Und dann können wir uns nur die Filzfabrik hier wirklich sparen. Okay. Gut. Nicht so krass, wie ich gedacht habe, aber trotzdem vollkommen in Ordnung. Das wäre doch eigentlich ein ganz schöner Platz. Weil da brauchen wir, glaube ich, ach komm, hat sich verschlechtert. Ich habe doch gerade eine Aufgabe für dich angenommen, die ich zwar noch nicht, also noch nicht wirklich begonnen habe, ne. Aber so, hier roden wir mal kurz weiter, weil hier. Ach, das sind jetzt schon die zwei Schiffe. Wo ist denn, wo ist denn der Klipper, den ich, äh, der Schoner, den ich zerstören soll? Äh, Moment, wo waren denn nochmal die Quests? Hier. Ah, der Schoner dümpelt da jetzt alleine rum. Okay, gut, äh, ja. Soll uns jetzt mal nicht weiter interessieren. Hier wird unser Schiff natürlich direkt repariert. Wunderbar. Ähm. Wo steckt denn unser Schoner? Da steckt unser Schoner. Ach, unser Klipper, ey. Ich bin komplett raus gerade. Ja, natürlich wird der Klipper jetzt auch angegriffen, aber der fährt ja bald schon in einen sicheren Hafen. Was wir vielleicht tatsächlich mal überlegen könnten, einfach aus Vorsichtshalber hier einmal eine Kanone umzusetzen, hier in den Hafen, weil hier natürlich jetzt auch viel entladen wird. Und die schicke ich auch mal noch hoch zur Isabel, weil so das ein oder andere Item werden wir uns im Laufe der Zeit sicher noch kaufen. So, okay. Wir haben auf jeden Fall den Gartenbauer Hermann zweimal jetzt. Das liefert uns auf jeden Fall ein bisschen Flexibilität und ein bisschen Sicherheit. Ah, unser, wir können natürlich unser Flaggschiff können wir auf den Schoner schicken. Das reicht doch. Ja, und hier, wenn die jetzt hier weiter ran fahren, dann sind die gleich Geschichte. So, die kriegen jetzt nämlich von den Kanonentürmen. Das dürfte also eine sichere Sache sein. Die Zeitung kommt. Ähm, wir sollten ja im Moment ein bisschen vorsichtig mit dem Einfluss sein, weil wir ja auf jeden Fall gleich auch noch was brauchen. Machen wir hier mal so. Dann können wir hier gleich noch eine bauen. So, komm, schieß mal bitte kurz mit drauf, Flaggschiff. So, dann sind die beiden Kriegsschiffe auf jeden Fall Vergangenheit. Und dann kannst du dir ganz in Ruhe den Schoner snacken. Ich kann all den Unsinn kaum noch ernst nehmen. Okay, und die Bente findet das mal wieder nicht so cool. Ähm, planen wir das Ganze doch mal hier hin. Hier haben wir ja, ah ja, das war unsere mickrige Handelskammer. Ich erinnere mich. Und das Ganze könnten wir ja eigentlich dann irgendwie hier aufbauen, tatsächlich direkt. Wir werden ja nicht so viel Platz brauchen. Vor allem nicht, wenn wir hier nur die Zigarrenmanufaktur, ach, die Hutmacherei mit reinnehmen. Weil da haben wir jetzt auch nicht die krassesten Items für, ne. Da müssten wir hier halt zwei Hutmachereien hinplanten. Eine würde ich einfach direkt von hier hinten übernehmen und versetzen. Das würde uns dann keine Rohstoffe kosten. Das würde so ganz gut passen. Wahrscheinlich lohnt es sich gar nicht, also so rein praktisch die zu boosten. Weil man davon einfach nicht genug braucht. Zumindest zu unserem aktuellen Status noch nicht. Ähm, wir machen das jetzt trotzdem mal. Und dann müssen wir natürlich auch die Produktion verdoppeln. Wir brauchen ja für diese Hutproduktion, brauchen wir, warte mal, und damit dürfte unser Schiff auch hier oben angekommen sein. Perfekt. Hier wäre noch Hutmacherei, Alpaka-Farm. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Zigarrenmanufaktur, Kunstschreinerei nehmen wir auch nochmal mit. Das handeln wir mal. Ich weiß gar nicht, wie es so um unsere anderen Items gerade steht. Poncho-Weberei. Die haben wir bestimmt schon. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Wir hatten ja eine riesige Produktion aufgebaut. Die haben wir schon drin. Die haben wir auch schon drin. Die haben wir bestimmt auch schon. Poncho, Zuckerrohr, Zigarrenmanufaktur. Ich weiß gar nicht, ob wir... Jetzt habe ich ein Item nicht gecheckt. Egal. Ähm, die nehmen wir nochmal mit. Die Putzmacher. Weil man damit auch ganz nett unsere Produktionen an Alpaka-Wolle boosten können. Was wir wahrscheinlich auch schon auf der anderen Insel machen. Die nehmen wir auch nochmal mit zum zweiten Mal. Einfach nur zur Sicherheit. Weil die kosten ja nichts, ne. Insofern machen wir das mal. So, und dann schicke ich dich jetzt einfach mal auch, wenn das jetzt nicht die krassesten Items sind, schicke ich dich damit zurück. Du kannst noch hier bleiben. Wir haben ja ein anderes Item noch hier auf dem Weg. So, ihr seid beeinflusst. Wunderbar. Und jetzt müssen wir einmal kurz nochmal hier das Produktionsmenü checken. Baumwollweberei, genau, brauchen wir dann. Das heißt, wir fahren hier ja aktuell noch keine extra Prozent, ne. Das heißt, wir kriegen gleich noch ein 10% extra Ding drauf. Das heißt, wir bräuchten dann drei Baumwollproduktionen. Die wir dann aber tatsächlich, wir könnten überlegen, ob wir die wieder zumindest erstmal hier hinten direkt anschließen. Naja, wobei wir produzieren was mehr, ne. So, dann gehen wir mal aus dem Radius hier raus und sagen mal, okay, wir nehmen hier noch so ein Lagerhaus, platzieren hier noch eins, bauen das auch direkt mal aus und bauen hier zum einen mal, so, hier lassen wir noch Platz, dass wir mit einem Feld da durchkommen. Eins, zwei, drei, so, und gehen dann einmal so ans Lagerhaus ran, die dann wiederum natürlich gespeist werden müssen von drei Baumwollplantagen. Eins, zwei, drei. Auch da ziehen wir die Straße sehr minimal und dann füllen wir jetzt auf. Beziehungsweise, Moment, stopp, ist das hier nicht auch Baumwolle? Nein, das ist Zuckerrohr. Wo produzieren wir denn Baumwolle? Produzieren wir Baumwolle nicht auf einer anderen Insel? War da nicht was? Produzieren wir Baumwolle tatsächlich auch hier? Aber wofür? Eigentlich... Moment, wo produzieren wir denn unsere ganze Baumwolle? Wo kommt die Baumwolle her? Zwei W, zwei S, okay. Also scheint doch von da unten zu kommen, dann habe ich sie jetzt einfach nur übersehen. Und hier oben wird sich jetzt gerade um den Schoner gekümmert. Oh, warte. Ach, das war eine Fregatte. Ah ja, cool, dann ziehen wir die jetzt noch gerade dazu, dann geht das alles ein bisschen schneller. Die, den Schoner zu vernichten. Weil unser Flaggschiff ist schön und gut, ist aber halt ein wechselseitiges Schiff. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein reines Kriegsschiff. Dementsprechend ist es natürlich auch einfach nicht so stark, was das Ganze angeht. So, Fregatte noch einmal drehen und damit kannst du wieder zurück auf deine Tour. Das sammeln wir dann ein und liefern das dann an den Clipper von unserem Freund hier. Also hoffentlich bald richtiger Freund und nicht nur so ein bisschen Freund. So, einmal an den Clipper und rüber mit dir. So, wo habe ich die denn jetzt übersehen, die Baumwolle, die wir hier produzieren? Ist das hier, das hat, was wir dann, Baumwolle produzieren? Das ist ganz schön lahm. Wir produzieren doch niemals nur viermal Baumwolle. Also fünf, sechs, sieben müssten wir jetzt auf der Karte dann haben, wenn es nur die sind. Elf. Ach, hier haben wir auch noch. Ja, Leute, da müssen wir aber noch mal kurz mit Items reingucken. Und ich habe, ich weiß, ich habe beim letzten Mal gesagt, war die letzte Produktion in der neuen Welt. Scheint aber ja noch nicht zu reichen, ne? Wir gehen noch mal hier so und werden das hier dann noch mal, zack, das kommt erst mal noch mal alles weg. Und ich muss mal gucken, was wir da jetzt für Items für haben. Da dürften wir ja schon was für haben. Also wir wollen Baumwolle, ne? Baumwolle haben wir zum einen hier. Baumwolle hat dann auch die Dame, genau. Also wir haben dreimal Baumwolle, gar kein Problem. Das heißt, wir bauen hier jetzt eine eigene Baumwollproduktion hin, die dann auch wieder gut runtergesetzte Produktionsverhältnisse haben dürfte. Eins, zwei, drei, vier. Kriegen wir da hinten noch ein Lagerhaus hin? Ja, ohne Probleme, wunderbar. So könnten wir eins hinkriegen, okay? Würden wir hier eins, zwei, drei, vier gehen, kriegen wir das dann alles hier rausgezogen. Den würden wir hier so rausziehen. Dich kriegen wir dann hier so raus. Ja, okay. Gut, aber dann kriegen wir das Lagerhaus halt nicht mehr angeschlossen. Das wäre halt doof. So, dann müssen wir hier nochmal korrigieren. Alles. Wir versetzen die Handelskammer ein wenig. Okay, warum sehe ich jetzt den Radius gerade nicht? Ah, jetzt. So, damit wir da oben noch zumindest mal zwei Lagerhäuser hinkriegen, die außerhalb des Radius sind, damit wir die nicht verschwenden. So, und so bauen wir die da hin. Wunderbar. Dann dürfte das auf jeden Fall noch im Radius sein. So. Und wenn wir dann hier wieder anfangen. Vier. Und dann, gut, die steht jetzt natürlich ungünstig, ne? Wenn wir das jetzt noch zwei nach unten moven, würden wir da noch eine hinkriegen. Oder eher zwei nach oben. Weil dann, ah ne, sonst ist auch die andere nicht drin, ne? So machen wir es. Alles klar. Damit sollten wir in die Richtung auf jeden Fall genug Platz haben, das alles anzuschließen. Ein Problem könnte noch werden, hier unsere Lagerhäuser anzuschließen an die Welt. Aber da würde ich einfach sagen, wir sind ganz dreist und gehen hier hinten raus. Einmal rüber. Und dann schließen wir uns hier hinten, also über einen ganz großen Umweg irgendwie an. Weil das können wir jetzt besser planen, weil sonst kommen wir da hinten ganz schwer raus. So, jetzt dürftest du angeschlossen sein. Die Frage ist jetzt, bist du auch angeschlossen, weil du ja nur direkt ans andere... So, so müsstest du auf jeden Fall angeschlossen sein. Alles klar. Gut, damit hätten wir jetzt sieben Produktionen. Da geht aber noch was. Definitiv. So, wir bräuchten ja eins, zwei, drei, um hier wirklich rauszukommen. Dann könnten wir hier wieder platzieren, die dann auch da noch im Radius sind. Und dann müssten wir uns überlegen, dann würden wir die Straße, wenn wir es auf der Seite ziehen, müssten wir ja auch auf der Seite raus. Okay, das geht nicht. Das heißt, wir müssten noch einen korrigieren, damit wir hier noch eine Straße lang kriegen. So, dann würden wir hier eine Straße lang kriegen und die anderen drei rausgeführt kriegen. Und dann könnten wir hier nochmal eins, zwei, drei, vier. Die wir dann wiederum erstmal natürlich hier rausführen. Also theoretisch natürlich flexibel erweiterbar. Ne, fünf, sechs. Und dann hier unten wieder eins, zack, zwei Lagerhäuser hin. So könnten wir das Ganze dann zumindest ganz gut ausnutzen. Und ich würde sagen, wir werden uns aber natürlich erstmal ein bisschen zurückhalten. Vielleicht war es auch nicht so klug hier, die Handelskammer zu bauen. Ich glaube, die reißen wir nochmal ab. Holen uns unseren Einfluss erstmal hierfür wieder. Weil da ist er jetzt gerade wichtiger. Und wir sind ready, diese Aufgabe abzuschließen. Haben dafür einen hölzernen Reparaturkran gekriegt. Okay, nicht das geilste Item. Aber wir haben uns wieder ein bisschen besser noch gestellt mit unserem Lieblingspiraten hier unten in der neuen Welt. Das heißt, unser Flaggschiff einmal hier hin. So, jetzt der Herrmann hier rein. Dann die Dame hier rein. Und wir schauen mal noch. Was haben wir hier? Hier hatten wir noch Baumwolle. Genau, der Rest hatte keine Baumwolle. Zumindest nichts Besseres. So, das heißt, wir müssten jetzt hier gut reduziert mit Feldern arbeiten können. Jawohl, wir haben gut Felder eingespart. Das auf jeden Fall. Und wir machen hiermit natürlich erstmal ganz hinten dicht. Bevor wir hier irgendwie rausgehen. So, und dann gehen wir jetzt aber auch mal ganz langweilig so raus. Okay. Das sollten wir jetzt mal als erstes machen. Das ganz langweilige rausgehen. Damit wir hier auf keinen Fall wieder irgendwie ein Fauxpas leisten und am Ende ein Feld nicht rausgerückt haben und deshalb da nochmal nachziehen müssen. Das wäre sehr, sehr nervig. Okay. Damit hätten wir jetzt alle draußen. Das heißt, ich würde jetzt alle mal ausbauen, damit wir hier auch wirklich die Begrenzung sehen. Dasselbe würde ich jetzt hier machen. Ich würde jetzt auch einfach direkt mal ausbauen. Und da merken wir jetzt schon, wir haben zu wenig Obrero-Arbeitskraft. Ich wusste gar nicht, dass die Obrero machen. Aber dann können wir auf jeden Fall hier die zwei abreißen. Machen die auch gar nicht. Die machen keine Obrero-Arbeitskraft. Wir haben nur zu wenig. Warum? Woran hängt es? An Ponchos. Und an Hüten. An Ponchos? Wieso denn an Ponchos? Ponchos produzieren wir doch des Todes. Kommt nicht genug Ponchos mit? Wir laden in Weeks Corner, laden wir gar keine aus. Warum? Moment. Hä? In Silver Valley werden die eingeladen. Das hier ist... Ach so. Okay, das ist natürlich problematisch. So funktioniert es nicht. Aber produzieren wir in Silver Valley unsere Ponchos? Machen die wir die nicht auch da hinten? Ne, hier machen wir nur unsere Küche. Nur unsere Bananen. Das heißt, die Ponchos sind hier auf einer Handelsroute, die aber gar nicht funktioniert, so wie ich die geplant habe. Also hier, das kann man so machen. Okay, aber hier werden dann ja wieder Bananen eingeladen. Und hier, das mit dem Rum funktioniert so auch nicht. Wir laden da 50 ein und laden da 20 aus. Und den Rest schmeißen wir immer über Bord. Ist ja voll blöd. Weeks Corner fährt dann nach Silver Valley. Ah warte, Silver Valley könnten wir noch entladen. Da würden wir dann 30 entladen. So, was haben wir denn hier mit der Handelsroute gemacht? Eieiei. So, und hier dürften wir dann theoretisch nicht wieder einladen, was natürlich doof ist. Das heißt, hierfür müssen wir eine eigene Handelsroute nochmal signen. Das heißt, du fährst von Silver Valley und lädst da ein Ponchos. Und zwar, mach mal, komm, wir sind mal Gönner. Du lädst mal 75 Ponchos ein. So, dann fährst du hier rüber, lädst hier 25 aus, fährst hier rüber und lädst hier 50 aus. Und das ist dann die 2S nach 2D und 2W für Ponchos. Da macht natürlich auch Sinn, dass hier irgendwie die Leute ganz unzufrieden sind, weil keine Ponchos da sind. Wenn ich die Handelsroute so falsch assigne, ist das natürlich ein ganz fataler Fehler meinerseits. Gut. Schauen wir hier nochmal rein. Hier sieht es jetzt auch schon besser aus tatsächlich, gerade von den Ponchos her. Wir gehen jetzt aber auch mal aus Blaupause raus, um hier die Felder besser platzieren zu können, weil sonst stört das ja einfach nur, dass man hier immer wieder einzeln sein muss. So, wir führen hier einmal raus. Dann gehen wir hier mit, führen die hier raus und wir werden das nochmal umbauen müssen, wenn wir noch mehr Baumwolle brauchen. Aber ich denke mal, das wird nicht ganz so flott passieren. Aber wenn das passiert, dann werden wir hier ganz umstellen müssen nochmal, weil ich jetzt auch halt nicht so einfach erweiterbar quasi baue, sondern so baue, dass wir jetzt einfach relativ schnell hier eine Produktion stehen haben, die verlässlich ist, die mit Items arbeitet, damit wir das haben. So, hiermit ziehen wir jetzt auch hier in die Richtung mal zu. Dann kommt unser nächstes Feld. Macht hier weiter dicht. Und da ist es jetzt auch nicht schlimm, wenn das hier keine besonders schöne Form hat. Jetzt gerade müssen wir ja noch nicht irgendwie auf optimale Ausnutzung achten. Das geht jetzt ja im Moment noch. Aber ich denke, wenn wir hier die 7 haben, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Wobei, doch müsste reichen. Weil wir haben hier zum einen den Boost, den wir haben, durch diese Items. Plus 20%, plus 15%, plus 12%. Und wir hatten vorher auch nur 7. Das heißt, die hier sind jetzt auch schon zur Erweiterung geplant. Das bedeutet für uns gleichzeitig auch, dass wir hier fleißig abreißen können. 1, 2, 3, 4 Produktionen können wir hier abreißen. Und die hier werden auch Geschichte, die Baumwollweber rein. Ich weiß gar nicht, ob es dafür besondere Items gibt. Habe ich überhaupt nicht im Blick. Aber was wir ja noch machen wollten, ist dann... Ah, was wir jetzt natürlich nicht bedacht haben, ist, dass wir hier jetzt auch noch eine brauchen dafür. Da kriegen wir es nicht hin. Okay. Ach, mit dem anderen haben wir einen überlappenden Radius. Okay, so müsste es dann ja wieder passen. Genau. Das wäre also unser nächster Plan. Das heißt, wir müssen in der nächsten Zeitung noch ein bisschen netter sein zu unseren Leuten. Damit wir hier auch das Ganze wieder umstellen können, dass wir hier keinen wahren Eingang, also Filz brauchen, sondern die Alpakawolle einfach, was ja unser nächster Plan dann wäre. Und die könnten wir jetzt hier unten theoretisch einfach mal anschließen, die Alpakawolle. Oder macht die sich hier irgendwo ganz gut? Boah, joa, also ganz gut machen, das ist nochmal was anderes. Und hier die Handelskammer ist auch so schäbig ausgenutzt. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Aber das ist ein anderes Thema. Wir werden auf jeden Fall hier nochmal zurückkehren müssen in diese Welt und werden nochmal fleißig was anpassen müssen. Aber für Alpaka haben wir auch ein, zwei Items, ne? Lass mich nochmal kurz gucken. Genau, die hier waren ja, äh, hier die, nein, hier der. Der war für Hutmacherei und Alpaka-Farm. Das heißt, wir könnten die Alpaka-Farm direkt hier hinten anschließen und könnten uns dann das wiederum sparen. Die macht 30 Sekunden, die macht 30 Sekunden. Das heißt, wir könnten hier hinten direkt die Alpaka-Farm anschließen an unsere Hutmachereien, da die ja dann direkt da dran liefern. Und könnten das Ganze so handhaben, ähm, wenn wir dann das Item da natürlich drin haben. So lange bringen die jetzt gerade noch nichts. Wir brauchen also die nächste Zeitung. Wir sprühen also mal ein bisschen vor. Wann kommt denn die nächste Zeitung? Ähm, können wir das irgendwo nachvollziehen? Ne. Okay, wahrscheinlich müssten wir uns selbst einen Wecker stellen oder so, wann die nächste Zeitung kommt. Ähm, wir haben aber auf jeden Fall wieder gut Oprero-Arbeitskraft aufgebaut. Da hängt es natürlich noch weiterhin an den Melonen. Aber sonst ist alles erfüllt. Das sieht sehr gut aus. Jetzt schauen wir uns mal kurz unsere Produktion hier an. Was das hier angeht, wir produzieren 14 und wir brauchen 14. Das ist ja optimal. Also besser könnte es ja nicht laufen. So, und wie sieht es hier aus? Gucken wir das mal weltweit an. Wir produzieren 14 und wir brauchen 12 weltweit. Okay, das ist auch in Ordnung. Gut, wir müssen natürlich noch die Produktion, äh, den Transport einbrechen, ne. Hier ziehen wir jetzt mal noch eine Straße, solange wir hier das noch nicht haben. Was ist hier das Problem? Du kannst nicht ausladen. Das ist in Ordnung. Ähm, und hier, die Ziegeleien sind auch vollgelaufen. Ei, ei, ei. Okay, da müssen wir wohl noch mal ein bisschen unseren Hafenplatz erweitern. Was wir hier so laden können. Äh, speichern können natürlich, meine ich. Und da, äh, auch jetzt mal Mut, ein bisschen mehr auszubauen. Was haben wir jetzt hier? 800? Komm, da geht noch was. Eins, zwei. Oh, passt ja wunderbar hier hin. Kriegen wir hier vor sogar noch eins. Supi. Klasse, jetzt haben wir 950. Ja, das hört sich doch erstmal solide an. Und das ist dann tatsächlich ein Punkt der Ästhetik. Hier muss ich mal kurz ausgleichen noch. Das würde sonst echt die Ästhetik ein bisschen stören. Den hölzeren Reparaturkran. Wir könnten eigentlich hier mal kurz den Kran einladen. Der Rest kann, glaube ich, hier bleiben, weil das alles neue Weltitems sind. Genau. Und könnten den einmal rüber noch in die alte Welt schaffen, weil da werden wir ihn sehr wahrscheinlich mehr brauchen, als wir ihn jetzt hier brauchen. Und jetzt können wir hier auch nochmal deutlich mehr produzieren. Auf Lager natürlich. Und ich habe irgendwie das Gefühl, die Zeitung kommt nicht schneller. Ich meine, wir sind auf dreifache Geschwindigkeit. Und das Einzige, worauf wir jetzt warten, ist eigentlich die Zeitung, um mehr Einfluss zu kriegen. Was aber natürlich dumm ist, weil wir könnten natürlich auch einfach hier ein paar zufriedene Ingenieure aufsteigen lassen. Könnten wir machen, wenn wir genug Ingenieure hätten, um das auszugleichen. Das heißt, wir werden erstmal noch für ein paar Ingenieure sorgen, mit dem wir das dann gleich kompensieren können, wenn wir jetzt hier nochmal ein paar Ingenieure aufsteigen lassen. Dadurch kriegen wir nämlich zusätzlichen Einfluss. Das könnte schon wieder zu viel sein. Ne, passt genauso. Wunderbar. Und wir haben jetzt eben den Einfluss, um hier unten unsere Produktion wieder aufzubauen, die wir dann wieder natürlich mit unseren Items versehen. Und das passt eigentlich sehr, sehr gut mit der Anzahl der Items, weil wir jetzt eben hier mit dem Putzmacher beide boosten. Wir boosten also zum einen unsere Hutmacherei und zum anderen boosten wir unsere Alpaka-Farm. Das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Ergebnis hier für uns. Ja, sehr schön. Das heißt, hier die Produktion sollte jetzt auch doppelt so gut laufen wie eben natürlich. Und da wir jetzt hier direkt die Alpaka-Farm haben, können wir jetzt auch hier sagen, okay, gut, hier die Straße existiert ab sofort nicht mehr, sondern ihr beliefert die jetzt direkt mit eurer Alpaka-Wolle. Und eine Fotografie-Aufgabe, selbst wenn es nur 13.000 sind, die so aufhärtet wird, die nehmen wir natürlich gerne und fotografieren deinen wunderschönen Hafen sehr, sehr gerne. So, ist also gut angekommen. Dafür kriegen wir dann 13.000. Ist jetzt nicht die Welt, ne, aber es ist ein bisschen was, was wir zusätzlich kriegen. So, hier sind jetzt noch 30 Ponchos drin. Die laden wir jetzt noch aus, weil die sollen ja auf der Handelsroute gar nicht mehr getradet werden, ne. Das machen wir jetzt nur hier. Hier wird es eingeladen, dann fährt es nach Silver Valley, dann wird hier ausgeladen und dann kann da wieder eingeladen werden. Wunderbar. So ist das Ganze geplant. Gut. Das heißt, hier müssten jetzt gleich 50... Ach, guck mal, da kommt schon die nächste Lieferung. Oh, und die sind auch beide voll mit Ponchos. Das kann natürlich zu Problemen führen, ne. Also holen wir die mal kurz per Hand ran. So, warum hast du jetzt keinen Rum eingeladen? Haben wir nicht genug auf Lager? Wir haben nicht genug auf Lager. Wir haben nicht genug Rum auf Lager. Okay. Wir laden hier auf jeden Fall die Ponchos aus per Hand und dann kannst du dich hier mal bitte persönlich wieder drum kümmern. Was war... Warum? Was ist los? Haben wir insgesamt zu wenig Rum? Wird zu viel Rum in die Welten transportiert? Wir haben zu wenig Rum. Ach, du Kacke. Aber das ganz ordentlich auch, ne. Also dann dürfte es aber wahrscheinlich nicht am Zuckerrohr liegen. Schauen wir mal kurz rein. Zuckerrohr haben wir dick, dick voll. Holz haben wir auch dick, dick voll. Das heißt, wir brauchen hier einfach ein paar mehr Produktionen. Hier kriegen wir aber nicht mehr Produktionen hin. Das ist jetzt ein Problem. Warum liefert ihr nicht direkt an die Hutmacher? Kein Lagerhaus in Reichweite. Hä? Braucht Alpaka-Wolle. Die holen sich die aber gerade aus dem Lagerhaus. Wahrscheinlich deshalb. Wir warten einfach mal ab. Das wird sich schon ergeben. Wir können jetzt überlegen, das Ganze nochmal umzusetzen. Ich glaube, das wäre nicht dumm. Das würde uns natürlich jetzt viel Geld kosten, würde uns aber auch einiges an zusätzlichem Platz bescheren. So, hier oben wäre dann Platz für Lagerhaus. Wäre außerhalb. Wunderbar. So, und jetzt müssten wir einfach unsere Rummacher hier drumrum setzen. Haha. Wir haben die schon mal versetzt. Das tut natürlich ein bisschen weh, dass wir da jetzt nochmal Geld für investieren müssen. Die nochmal umzusetzen. Vor allem, wenn man sie dann falsch umsetzt. Aber was sind das? 2.500 nur? Okay, hier oben noch einen hin, wenn es geht. Jawohl, passt noch. Wunderbar. So, und dann machen wir es. Ah, jetzt sehe ich es wegen der Symbole nicht. So ist eins frei. So ist eins frei. Gut, da oben hätte man jetzt natürlich kein Lagerhaus. Wir setzen, okay, dann müssen wir die nochmal ein bisschen umsetzen. So. Und dann planen wir hier auf jeden Fall direkt mal noch einen zusätzlichen. Erstmal nur einen. Und das schließen wir jetzt auch einfach mal ganz dreist hier mit an. Und dann kriegen wir hier, kriegen wir bestimmt auch nochmal eins, zwei. Gut, den dritten kriegen wir hier quer nicht hin. Das heißt vielleicht, wenn wir den kriegen. Wie weit können wir den noch nach außen versetzen, dass der noch drin ist? Okay, so weit schon nicht mehr. Eins. Nein. Okay, der war perfekt gesetzt. Weiter können wir nicht nach außen. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Hier haben wir schon wieder einen Platz verschwendet. Das heißt, wenn wir noch einen nach unten gehen, dann kriegen wir da wahrscheinlich schon noch einen hin, ne? Das schauen wir jetzt mal. Komisch, da kann ich jetzt Gebäude so versetzen, dass sie quasi in sich selbst versetzt werden. Das ging beim letzten Mal irgendwo nicht bei unseren Hafengebäuden, ging es nicht, oder? Ich meine, es wären die Hafengebäude gewesen. So. Das heißt, ihr rückt noch einen an. Und dann schauen wir mal jetzt mal, dass wir hier noch einen hinkriegen. Quer kriegen wir den noch hin. Der ist dann auch im Einflussbereich wunderbar. Einen weiteren da mit reinbekommen. Hier natürlich nur ein Lagerhaus. Das ist definitiv viel, viel zu wenig. Aber hier können wir jetzt guten Gewissens auch noch eins hinbauen. Und wir werden jetzt auch hier noch natürlich eine Steinstraße lang ziehen. Weil da kriegen wir nichts mehr in den Radius rein. Hier oben werden wir auch kein Lagerhaus hinkriegen. Das ist dann halt so. Wir planen jetzt aber hier noch mal kurz ein bisschen weiter. Weil hier kriegen wir bestimmt noch mal eins, zwei, drei. Also die wären safe mit drin. Da bin ich mir relativ sicher. Wenn wir das jetzt alles noch mal um einen versetzen, dann dürfte es jetzt auch hier passen. Ja, genau. Wunderbar. So, Lagerhäuser dürfen natürlich nicht zu kurz kommen. Eins, zwei. Dürfte dann aber eigentlich auch reichen. Also wir haben ja jetzt schon zusätzliche errichtet. Ich werde jetzt nicht mehr Produktionen hier bauen. Lasst mich noch mal kurz weltweit den Bedarf checken. Und das, was wir jetzt produzieren. Wir produzieren jetzt mehr als den Bedarf. Wunderbar. Das wollte ich ja eigentlich nur erreichen. Und es fehlt aktuell Holz. Das wird jetzt geliefert. Hier können wir noch ein bisschen Leben abbauen zusätzlich. Wunderbar. Das heißt, die haben wir jetzt auch noch besser aufgestellt. Was wir jetzt aber natürlich hinten vergessen haben. Was wir nicht vergessen. Was bist du denn? Ach, du bist in Lagerhalle. Keine Ahnung. Ich stelle dich mal da dazu. Aber unsere lieben Freunde von der Feuerwehr sind natürlich ganz entscheidend dafür, dass hier nicht wieder alles hochgeht. Gut, das ist uns ja vorhin einmal, ach, vorhin, beim letzten Mal einmal passiert. So, und da kommt die Zeitung. Wir werden nur minimal lektorieren, damit wir hier noch ein bisschen Einfluss extra haben. Wir dürften jetzt hier auf jeden Fall genug machen. Schauen wir noch mal kurz hier die Produktion an. Die Produktion hier von unserem Zuckerrohr ist jetzt tatsächlich ein bisschen ein Minus. Aber da können wir ja noch mal gegensteuern ohne Probleme. Einfach hier noch eins hin. Das dürfte das Ganze dann schon wieder in die Waage bringen. Vor allem, weil es, ja wunderbar, perfekt auch noch im Radius ist. So. Zack. Damit dürften wir jetzt hier wieder gut sein. Noch nicht. Habe ich gerade falsch geguckt. Ach, die sind nicht ausgebaut. Die Felder. Ja, kein Wunder. So, jetzt. Damit sind wir damit gut. So, jetzt sind wir in einem harten Hintertreffen, was die Holzproduktion angeht. Und da kommt jetzt wieder eben, wir bauen das eine aus, wir müssen auch was anderes ausbauen. Und eigentlich würde ich Holz gerne zeitnah mal auslagern, weil das hier echt viel Platz wegnimmt. Uiuiui, ich wollte doch nur was Kleines machen. Ja, das machen wir jetzt aber noch nicht. Wir werden jetzt hier einfach weiter Holz produzieren auf der Insel. Wir werden also hier noch mal ein kleines Holzfällerplätzchen aufbauen. oder noch mal ein paar Holzfäller rund um ein Lagerhaus einfach geschert sind und sich da fleißig bedienen können. Beziehungsweise uns fleißig bedienen können mit den Waren, die sie liefern. Sind wir jetzt mal ganz stupide einfach hier irgendwo reingesetzt, wo gerade Platz ist. Das wird definitiv nicht da bleiben, weil es einfach sehr ungünstig da platziert ist. Aber wir haben hier für heute auf jeden Fall ein bisschen was dafür zugesorgt. Was ist denn hier los? Warum liefert ihr denn nicht direkt daran? Weil ihr das nicht gewohnt seid? Was soll denn das? Finde ich aber sehr, sehr uncool. Dann würde ich euch aber gerne hier tatsächlich noch ein Lagerhaus hin platzieren. Weil es halt aktuell nicht so ist, als würden wir den Platz hier jetzt unbedingt in der Handelskammer brauchen. Und dann könnt ihr auch den kürzeren Weg hier zu diesem Lagerhaus wählen, als zu diesem Lagerhaus da. Naja, so, wir sorgen noch mal kurz hier für ein bisschen Diplomatie. Schmeicheln uns ein, bieten noch ein Geschenk an. Schmeicheln uns auch hier ein und bieten ein Geschenk an. Wir sind besser mit den beiden. Schauen wir mal. Leicht erhöht auf Handelsrechte. Sollen wir es mal probieren? Wir probieren es mal, oder? Der wird wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen Geld fordern. Der Jean. Ja, easy. Handelsrechte mit Jolla von Thun. Und hier ist noch unwahrscheinlich. Okay, gut. Mit Bente. Ach, mit Bente. Mit unserer lieben Piratin Anne Harlow müssen wir uns noch besser halten. Aber wir haben Handelsrechte mit Jolla von Thun. Das ist natürlich schon mal ein guter Fortschritt, den wir wieder gemacht haben. Hier haben wir noch ein paar, naja, komische Sachen. Achso, ich habe gerade gedacht, jetzt kommen erst die Linienschiffe an. Aber die kamen bestimmt vorhin schon an. Bin ich mir sehr, sehr sicher. So. Und euch fehlen weiterhin die Waren. Gut, weil die Alpaka fahren, ne? Aber das sollte ja jetzt für euch auf jeden Fall beliefert werden. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen ist Sonntag. Morgen kommt wieder eine Folge um 9 Uhr morgens. Und dann sehen wir uns morgen in der Folge, die ich jetzt noch direkt hinterher aufnehmen werde. Weil ich eben am Wochenende bei meinen Eltern bin. Dann sehen wir uns morgen wieder im nächsten Part. Bis dann. Ciao. Bis dann.